Was ist dieses Gift, das du hast? Wir versuchen, gute Frakturen zu machen, gute Essential Oils und Formulas zu machen. Und wir helfen für die Transformation. Meine Vision ist, mit dieser Firma und mit dem, was wir tun, einfach ein gutes Beispiel zu sein, dass Nachhaltigkeit gelebt werden kann, dass auch die Wärme in einem Unternehmen gelebt werden kann. Und da muss man zwar viel dafür tun, dass es eben leichter wird. Doppelacht für die Infinity und für diese Zeiten, die wir gerade leben, die mit der Erde zu tun haben und die Flow of Life und die Heilige Geometrie, dass die immer präsent ist, wenn man reingeht. Das war ein Bild, was unser zukünftiges Land für den Zug im Bau gezeigt hat, dass man jedes Mal, wenn man rausgeht, die Zukunft sieht. Und jetzt, wo alles verblasst, die Farben weg sind, ist es manifestiert und ist es gebaut und ist jetzt zum Einzug bereit. Das kann man gut machen, wenn man einfach ein Ziel hat, immer wieder sehen und dann kommt es. Danke schön. Danke schön. You're welcome. Oh my god. By this time we are definitely saying goodbye to our wonderful host. Bye bye. Thank you for coming. It was great. Good trip to your home. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Keep your happiness and share it with everyone. And all the blessings for your new company changing. Bye bye. I will see you soon. Thank you for my dragon. I love Primavera. Be good to other people, share, be generous and let other people feel good.